Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 21. Januar. Beginnen wir diesmal mit dem Wochenchart. Im Wochenchart haben sich nun die Markierungslinien etwas verändert und nach oben verschoben. Wir haben nun die hellgrüne Markierungslinie bei 13.400 Punkten. Das wäre dann nun die wichtige Signalmarke nach unten. Sobald wir dann unter 13.400 Punkte fallen würden im DAX, würde sich höchstwahrscheinlich dann neue Abwärtsdynamik entwickeln und wir dann letztendlich 13.200 Punkte ansteuern, die dunkelgrüne Markierungslinie. Solange wir uns aber über 13.400 halten können, würde dann der nächste Bereich bei 13.700 Punkten liegen, also noch über dem Allzeithoch bei 13.596, 13.600 Punkten und direkt über 13.700 Punkten würde sich die nächste Markierungslinie im Wochenchart bei 13.800 Punkten befinden. Also hier in diesem Bereich würde der DAX dann auf einen großen Widerstand treffen. Machen wir dann weiter mit dem Tagesschart vom Vortag. Am Vortag hatten wir einen relativ ruhigen Handel gehabt. Wir sind mit einem Aufschlag von 0,17% bei 13.548 Punkten aus dem Handel gegangen, also mit einem nur minimalen Aufschlag. Hintergrund war der Feiertag in den USA, der Martin Luther King Day. Die US-Börsen waren am Vortag geschlossen und Mangel zu Impulsen hatte der DAX dann nur mit einem kleinen Aufschlag den Handel beendet. Wir haben hier weiterhin noch die Chance, dass wir hier in diesem Bereich um 13.550 Punkten einen Doppeltop bilden und dann hier wieder nach oben, nach unten abdrehen. Allerdings sind wir nachbürstlich dann noch weiter angestiegen und notieren im nachbürstlichen Handel im Bereich von 13.580 Punkten ungefähr. Ich bin gespannt, wie sich der DAX dann in der Nacht verhalten wird und dann am Dienstagmorgen eröffnen wird. Möglicherweise werden wir entweder in diesem Bereich hier wieder nach unten abdrehen, also einen Doppeltop bilden oder dann zunächst doch ein neues Allzeit hochmarkieren im Bereich von 13.600 Punkten und damit auch hier genau diesen Short-Bereich anlaufen. Die Short-Linien für den heutigen Dienstag befinden sich nämlich heute dann bei 13.560 Rot und 13.600 Dunkelrot und der Long-Bereich dann deutlich erhöht bei 13.400 bis 13.450 Punkten. Hier im Bereich der alten Unterstützung im Bereich von 13.400 Punkten. Vorher war ja der Long-Bereich hier noch am offenen Gap, das noch weiterhin offen ist. Allerdings sind wir nun wieder über die Marke von 13.525 Punkten angestiegen am Vortag und insofern haben sich dann auch die Markierungslinien etwas erhöht. Der Kreis ist aktuell blau, wir sind also wieder im Long-Modus, allerdings wird man dann abwarten, wie sich der DAX dann am Dienstagmorgen verhält und ob wir dann diese Aufwärtstynamik weiter fortsetzen oder ob wir dann wieder unter die Marke von 13.525 Punkten fallen werden. Gut, werfen wir dann noch einen Blick auf die Konjunkturdaten für den heutigen Dienstag auf der Seite von gotmotrader.de. Da ist vor allem wichtig, die ZDW-Konjunkturerwartungen für den Monat Januar in Deutschland, die werden um 11 Uhr publiziert und Ökonomen erwarten hier einen Stand von 15,2 Punkten nach 10,7 Punkten zuvor. Hier wird also ein Anstieg erwartet, dies könnte dann dem DAX weiteren Auftrieb geben, fallen die Daten wieder erwarten schlecht aus und werden deutlich unter 15,2 Punkten herausgegeben, dann dürfte der DAX auch wieder unter Druck geraten. Also um 11 Uhr könnte es etwas volatiler werden im DAX. Gut, dann wären wir erstmal durch für heute. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem ING Markets Morning Call. Und dann je nach Verlauf mit Kommentaren unter dem Video bei YouTube am heutigen Dienstag eröffnen die US-Märkte wieder. Insofern könnte auch wieder mehr Schwung in den Handel kommen. Und zudem, wie gerade erwähnt, sind die Konjunkturdaten um 11 Uhr wichtig, die ZDW-Konjunkturerwartungen für den Monat Januar für Deutschland. Ich wünsche Ihnen für den heutigen Dienstag viel Erfolg im Handel und bis morgen.